Ich kann das total genießen. Ich habe eine perfekte Sicht. Hier kommt kein Monster hoch. Du bist da unten ganz alleine. Boah, scheiße, jetzt ist es da oben. Das ist neu. Ja, liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Es ist lange her. Mucco und ich haben gesehen, anderthalb Monate mittlerweile. Und ich weiß noch, dass wir zuletzt aufgehört hatten, weil wir nicht weiter kamen an dieser einen blöden Stelle. Genau. Aber irgendwie müssen wir das jetzt nochmal machen. Und ich habe mich jetzt schon wieder erschrocken. Ja, wir müssen das jetzt hier schon wieder machen. Wir könnten jetzt auch so gemein sein und könnten die optionale Mission auch weglassen. Aber... Ich weiß gar nicht, gehörte da jetzt noch viel dazu. Wie ging denn das hier überhaupt? Und mit B, müssen wir jetzt mal gucken. Mit B nach links. Wartet. Ich schaue mal schnell. Mission, optionale Mission aktiviert. In den Fahrstuhl. Die Fahrstuhl war doch richtig. Okay. Ich hoffe, wir kommen zumindest gleich zu der Stelle, wo wir das letzte Mal scheiterten. Ich habe aus Versehen die falsche Glocke drückt. Jetzt bin ich fast schon tot gewesen. Hast du Schaden bekommen? Ja. Oh. Hey, wenn Sie was sehen, was gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Dylan? Carver? Dylan! Ich bin doch hier. Haha. Äh, hier liegen, hier liegen noch Sachen rum. Oh ja. Nehmen wir das mal alles mit. Ja. Wir gut wegfahren wollen, wenn nicht. Ach ja, ach ja. Das ist ja schon was her, hier. Äh, äh, F zurück. Ich bin auf jeden Fall mit dieser neuen Waffe, die ich mir zuletzt gebaut hatte, echt zufrieden. Die ist wirklich cool. Ja, die war geil. Ja. Die war auf jeden Fall episch. Oh, dann wollen wir uns das Radio mal wieder anstellen. Ach, und ich habe ja hier auch noch diese Siege gehabt. Diese Siege, äh, die war, ah, cool. Ah, ich bin gut aufgestellt. Ein Sucher-Bot. Vor allem mit Fifi. Genau, drei Stück habe ich hier gerade schon. Wie viele habe ich denn? Ich habe auch drei Stück. Haha. Stimmt, und das hattest du ja auch gesagt. Du hattest immer diesen Sucher-Bot ausgewählt, ne? Dann wolltest du die loswerden, aber einen muss man ja mitnehmen. Man darf nur zwei aussetzen. So, jetzt geht's los. Okay. Optionale Mission. Also, ich muss, ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich habe Schiss von, dass das hier gleich erfolgen wird. Ah, es geht los. Oh, der ist, der ist schon mal tot. Schön. Oh, die scheiß Optionale Mission nochmal. Ja. Wo sind die welche? Siehst du sie? Ich höre sie nur. Ich höre sie nur, aber ich sehe sie nicht. Oh Gott, der Verrückte wieder. Ich glaube, jetzt gibt's gleich das erste... Ja, warte ruhig an der Tür, ist egal. Stimmt, jetzt kommt, jetzt kommt das erste. Ich glaube, jetzt kam das erste Mal. Mhm. Ich muss erst mal wieder klarkommen, ey. Ja, ich auch. Oh, ich muss nachladen. Aber ich meine E-Mail hier nicht. Gott. Was laufe? Oh. Fuck. Ey, ich häng' fest. Der fuck? Der zuhört. Weg damit. Okay, gut. Wow. Oh, kacke, ich hab kein Medipack mehr. Du musst erst mal ins Aufheben hier. Ja. So, nachladen. Okay, mir geht's wieder gut. Naja, mir so halb. Aber jetzt kommt es gleich, dass du das erste Mal uns verlässt, sag ich jetzt. Und so komisch wirst. Ich hab Angst. Ja. Ist auch ein bisschen unfair, dass dich das nicht trifft. Und es geht los. Es geht los. Okay. So, das erste Mal geschafft. Sehr schön. Ja. Oh, er liest Medipack. Ja, ja. Ich hab hier grad ein paar erschossen. Aber das ging gut jetzt. Hast du schnell hinbekommen. Nein. Nein. Kannst gerne wegbleiben. Glaub ich da rein, ne? Oh Gott. Ich bin so froh, wenn die durch ist. Das glaub ich dir. Es kommt auch irgendwas. Sehr schön. Ich glaub, das ist der Raum. Oh, ein Medipackchen hab ich. Gut. Nee, doch noch nicht. Nee, das ist er noch nicht. Ich, 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 ich bin so froh. Boah. Aua. Ich auch. Oh, fuck. Ich bin tot. Nein. Okay, das erste Mal. Oh, ich hab keine Ahnung, wie hoch der Counter steht, aber das ist auch. Oh. Jetzt hab ich erst so meine Sägelaktion gesehen. Ich find das Nachladen klingt auch richtig geil. So, jetzt kommen sie ja gleich wieder rausgeschossen. Ja. Au. Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße. Fuck. Becke fest? Nein, nein, nein. Oh, du kriegst doch wieder tot. Nein. Du lebst noch. Ja, aber ich bin mein Mann, ne? Ich hab wirklich kein Begriff weg. Komm her zu mir, komm her zu mir. Oh, warte. Oh, Alter, jetzt hab ich dich mal da abgeknallt. So, hier sind noch ein paar. Ich hab echt Medipack-Mangel. Aber da lag noch einer. Okay, das haben wir auch. Boah, ich bin echt raus, das merkt man sofort. Und vorwiegend Skills. Geh, ich geb dir gleich durch. Okay. Schon wieder so ein eckliger auf der Nussknacker. So. Kommen wir jetzt zum Raum? Ne, noch nicht. Ne, noch nicht kann. Doch, 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 doch. Das ist er. Wie fühlst du dich? Ich bin nicht bereit, wenn ich ehrlich bin. Und das hier sind hier, äh... Was sind das denn? Waren die beim letzten Mal auch schon da? Marker? Kleine Marker? Ja. Die fiel mir beim letzten Mal nicht auf. Ich trau mich nicht. Ich will doch nicht. Ja, sag, wenn ich, wenn ich raufdrücken soll, ne? Ja, ja, gleich. Okay, mach. Ich, ich, ich... Viel Spaß. Komm, ich krieg's diesmal hin. Wir sind wieder beim Albtraum. Ich fahr nach oben. Ich lass dich da unten alleine, ne? Das ist hier so entspannend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann das total genießen. Ich hab ne perfekte Sicht. Hier kommt kein Monster hoch. Du bist da unten ganz alleine. Boah, scheiße, jetzt ist er oben. Das ist neu. Uh. Hey, wo kommt... Bist du zurück? Ja, ich bin wieder da. Ey, du hast es geschafft. Das ging ja diesmal schnell. Das war gut. Sie drängen sich nach oben. Habe ich das nicht verdient? Wenn Sie gehen müssen, gehen Sie. Ich muss das hier beenden, Isaac. Also, was ich noch im Kopf habe... Ne, warte mal. Ähm, was ich noch im Kopf habe, dass hier oben irgendein Artefakt lag. Ja? Ja, das hatte ich im Kopf. Oh, ich bin wieder fast voll, ey. Also, das war jetzt nicht schlecht. Dafür, dass wir beim letzten Mal, ich glaube, eine halbe Stunde Ehe verbracht haben. Und hier liegt Medipack. Oh, geil. Das ist gut. Irgendwo lag hier ein Artefakt. Ah, da. Stimmt. Hast du ja sogar was gemerkt. Wow. Also, jetzt übertreib mal nicht. Ich hab doch gesagt, hier ist noch Evo-Skill. Irgendwo. Ich glaube, die Zuschauer glauben nicht, dass ich hier mit Mucke spiele. Ne. Dann liest du unter den Kommiss... Oh. Hast du neun? Ja. Ich hab auch mal eben schnell noch ein Medipack hier aufgehoben. Super. Oh, endlich geht's weiter. Jetzt wissen wir aber endlich, jetzt können wir aber nicht mal gucken, was da noch so passiert. Ja. Beim letzten Mal weiß ich noch, wir haben hier ne Stunde verbracht. Das war richtig extrem. Ja, öffnen bitte. Ja. Active Cargo Zone? Oh. Der ist weg. Aua. Tot? Ja, ne. Einer ist hier noch. Wo ist er? Da. Okay. Oh. Der ist weg. Der ist weg. Geht's jetzt hier rein? Ich falle... Da ist noch einer. Ja. Ja. Wir müssen gleich noch weiterfahren. Ja. Perfekt. Na ja. Scheiß drauf. Da rein. Es wird wieder kalt. Ach, das ist uns egal. Schränke. Und irgendwo ist bestimmt ein Monster. Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen. Guck mal. Ja. Sehr schön. Hä? Hä? Muss mal... Warte mal. Entweder bin ich jetzt blöde, wir waren vorhin noch an der Leiter, ne? Ja. Guck mal eh, wo die hinführt. Ah, da liegt noch was. Deswegen geh ich ja auch noch. Ich nehm das mal nach oben. Haha. Du Arschgeige. Ja, Partner blockiert die Leiter. Ey, wo ist das andere, was da unten jetzt lag? Partner braucht mehr Platz. Ja. Ja. Lager der Schwarzwäler Kirstorte. Haha. Ah, ich hab's. Tadaa. Okay. Okay, dann können wir ja weiter. Ja. Ähm. Das hab ich zurückgelassen. Bum. Äh. Oh. Nein. Aua. Aua. Wow. Rechts. Ah. Ich muss erst mal nachladen. Mit deiner Segel. Au. Scheiße, scheiße. Aber wo bist denn du? Hier. Ah, da. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, ich nehme die Granaten zu häufig. Auf solchen engen Räumen? Das ist immer ein bisschen blöd. 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 Scheiße. Wo ist der andere? Was ist das? Ey, hier steht noch ein Marker in der richtig Große. Oh, schade. Warst du fast durch? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Oh, fuck. Aber guck mal, hier steht ein ganz großer Marker. Hier. Siehst du den? Ja, ne? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe gar keine Ahnung. Ich lasse mir Zeit. Ich bin schon wieder tot. Oh nein, geht das wieder los? Oh, kuckuck. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist scheiße. Ich werde wieder sterben. Ich kann dir leider nicht helfen. Nee, das ist ganz komisch. Warte, aber was ist sonst hier hinten? Muss man hier Lager? Ab wann geht denn das los, dass du solche Beschwerden hast? Sobald ich am Marker bin. Achso, okay. Ja, musst du den zerstören? Siehst du, wenn du diesen Albtraum hast, den mag er noch? Warte mal. Guck mal was nach. Ich kriege ja irgendeinen Hinweis, was ich machen muss. Okay. Das ist ja schon mal gut. Leicht. Aber ich will gar nicht. Achso, vielleicht. Ich dachte, du kriegst einen. Okay, kaputt geht es definitiv nicht. Das ist so, weil ich am Marker bin. Zack. Ja, jetzt geht es wieder los. Au. Oh, oh, du hast kein Leben mehr. Scheiße. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Ja, das wird jetzt wieder interessant. Das ist wieder nervig. Ja. Ja. Oh. Wo ist der? Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Bis zum nächsten Mal.